Liebe Social Media Freunde, herzlich willkommen zu unserem ImmoFriday. Heute möchten wir euch auf eine Immobilie in Gunters Blum hinweisen, die wir in der Vermarktung haben. Die ist ideal für Handwerker oder für Menschen, die viel Nutzfläche benötigen. Wir haben 140 Quadratmeter Nutzfläche, 100 Quadratmeter Wohnfläche und das Grundstück hat auch 300 Quadratmeter Fläche. Schau euch den Rundgang an, wenn euch die Immobilie gefällt, sagt einfach Bescheid. Wir schicken euch dann gerne Infos zu. Wir in der Wohnfinanz, der etwas andere Makler, wir begeistern unsere Kunden. Herzlich willkommen in der Promenade 18 in Gunters Blum. Wir haben hier ein sehr schönes Einfamilienhaus mit sehr viel Nutzfläche aus dem Baujahr 1966 mit 100 Quadratmeter Wohnfläche und 140 Quadratmeter der Nutzfläche. Dazu gibt es noch eine schöne große Garage und Gewölbekeller. Wir schauen uns das mal an. So, neben der großen Hofeinfahrt, die Sie gesehen haben, haben wir noch einen schönen Sitzbereich, eine schöne Terrasse, wo man in Ruhe grillen kann und man nicht gestört wird. Hier links geht es direkt dann ins Wohnhaus. In der unteren Ebene haben wir einen kleinen Abstellräumchen und hier nochmal ein Gäste-WC mit Fenster und dann geht es auch schon hoch in den Wohnraum. Hier oben empfängt sie direkt ein schöner, heller, freundlicher Raum. Eine schöne Dienere sozusagen. Direkt angrenzend haben wir das separate WC. Das heißt, im Bad selbst ist keine Toilette, aber die ist dann dafür hier separat. Sehr schön mit Tageslicht. Auf der anderen Seite geht es hier ins Wohnzimmer mit direktem Zugang zum Balkon. Den schauen wir uns gleich an. Man sieht auch hier ein schöner, freundlicher Raum, großes Fenster und das Schöne ist, wir haben noch einen Holzofen mit dabei, der im Winter für gemütliche Stunden sorgt. So, wie man sieht, hier nochmal einen schönen Außenbereich, wo man so für sich ist. Und ja, ganz praktisch vom Wohnzimmer aus, Begeber. Ja, zentraler Mittelpunkt des Hauses ist diese schöne große Wohnküche. Die Einbauküche ist bereits im Preis enthalten und wie man sieht, sehr viel Platz für einen schönen, großen Tisch. Und ja, sehr gemütlich und auch hell platziert. Dann haben wir hier nochmal ein schönes, vollwertiges Bad mit Badewanne und Dusche und Tageslicht. Und hier geht es dann weiter einmal zum praktischen Hauswirtschaftsraum. Auch hier ist ein Fenster mit dabei. Können Sie auch Ihre Waschmaschine anschließen und hat noch genug Platz für Staubsauger und Co. Das Elternschlafzimmer. Auch hier passt ein sehr schöner großer Schrank rein. Und das Schöne ist, wir haben hier noch einen weiteren Balkon mit einem Blick ins Weite. Das ist eine nicht bebaubare Fläche, auf die man hier schaut und hat dadurch ein bisschen Weitblick, was das Ganze sehr charmant macht. Gehen wir mal weiter. Ein Kinderzimmer. Auch eine perfekte Größe. Nicht so groß, nicht so klein. Mit schönen Holzbroten. Und hier ist auch noch was Schönes, was man sonst nicht so oft sieht. Einfach nochmal einen Außenbereich, wo Sie zum Beispiel Ihre Getränke schön kühlen können. Und ja, das ist nicht überdacht. Bringt aber nochmal Licht in die ganzen Räume. Sie sehen, ist hier bereits eine Treppe vorhanden. Hier geht es also hoch in den Dachraum. Das ist dementsprechend ausbaubar, so dass man sich oben nochmal zwei, drei Schlafräume erstellen könnte. Oder vielleicht ein großes Wohnzimmer mit einer eventuellen Dachterrasse nach hinten raus. So, hier sehen Sie also, wir haben wirklich nochmal sehr schön viel Fläche. Man kann hier dementsprechend auch noch mit Dachgauben arbeiten, dass man hier noch ein bisschen Höhe kriegt. Und ansonsten, wie gesagt, kann man einen schönen großen Wohnzimmer machen und vielleicht im hinteren Bereich noch mal eine kleine Dachterrasse. Jetzt sind wir soweit durch mit dem Wohnbereich. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gerade die Nutzräume an. So, hier geht es dann zur Werkstatt. Ja, wir sehen hier ein wunderbarer Platz, wenn man ein schöneres Hobby hat, ein größeres Hobby hat oder vielleicht beruflich noch was machen möchte. Auf der gesamten Elbgeschossebene hat man ja wirklich viel Platz. Man sieht hier wirklich weitere Nebenräume. Ist letztendlich auch Potenzial, um eine Wohnung auszubauen, wenn man das möchte, wenn man dafür jetzt gar keinen Bedarf hätte. Wie gesagt, nicht so ein großer Aufwand. Also schon Aufwand, eine Wohnung reinzustellen, aber das Potenzial ist definitiv vorhanden. So, also wie Sie sehen, wirklich überall viel Platz. Für einen Handwerker ideal, würde ich sagen. Ja, zusätzlich haben wir noch eine schöne große Doppelgarage. Wie man hier schön sehen kann, auch direkt anfahrbar über diesen Carport und über der Garage nochmal einen Nutzraum. Ja, wir sind am Schluss unserer Besichtigungstour. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Wenn ja, melden Sie sich einfach bei uns, wir schicken Gärt Unterlagen zu. Kurz zusammengefasst, wir haben hier ein schönes Einfamilienhaus mit sehr viel Nutzfläche. Ideal für Handwerker. 100 Quadratmeter Wohnfläche, 140 Quadratmeter Nutzfläche, 300 Quadratmeter Grundstück. Schön ruhig gelegen in zweiter Reihe. Wie gesagt, hat es Ihnen gefallen. Melden Sie sich einfach. Vielen Dank.